Wie sieht das neue Haus aus? Es ist ein Haus auf dem Land und da hast du jede Menge Platz zum Spielen. Was meinst du? Wer hat da früher gewohnt? Niemand scheißen. Fancy Joyce! Ah! Kleines, du wechselst ja nicht unten. Soll ich dir helfen? Ich schaff das schon. Hast du wieder schlecht geträumt? Ich hab geträumt, ich schaukel. Wissen Sie überhaupt, wo Sie hier wohnen? Das hier war eine der Stationen. Sprechen Sie von der Underground Railroad? Von den Menschen, die den Sklaven zur Flucht verholfen haben? Diese Menschen nannte man Stationsvorsteher. Der Mann hat sicher viele Leute gerettet. Und dieses grausame Ende hat er nicht verdient. Ich will hier nicht mehr wohnen. Ich sehe Sachen. Das ist alles lange vorbei. Über all das Böse ist längst Gras gewachsen. Es ist hier, Mama. Das spüre ich. Es ist im Wald. Es will mich holen. Sie haben Heidi geholt. Daddy! Heidi! Wo steckst du, Baby? Daddy! Heidi! 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 Ich hab dir gesagt, dass hier schlimme Sachen passieren. Geist du, Baby? Dad! Baby! Heist du, Baby!